Herzlich Willkommen, liebe Tester-Community, zu einer neuen Folge der Agile-TestBar. Ich bin heute hier der Markus. Wir wollen über Playwright in der Praxis reden und dafür haben wir einen Gast eingeladen, nämlich Sebastian. Herzlich Willkommen, Sebastian. Sebastian, du hast ja schon bei einigen Podcasts mitgemacht, unter anderem bei der Anbindung von XOR and Cypress. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, würde ich dich wie bisher auch bitten, kurz einen Überblick über den heutigen Podcast zu geben. Also ich würde heute gerne über ein paar allgemeine Aspekte von Playwright sprechen und ich habe im Internet auch ein paar Blogbeiträge herausgesucht zur Vorbereitung, die behaupten, dass sie die Top-Features von Playwright identifiziert haben. Die würde ich dann gerne im Rahmen meiner Praxiserfahrung aus dem Projektalltag diskutieren, ob es wirklich die Top-Features sind. Das hört sich schon spannend an und bevor wir da jetzt tiefer reingehen, wäre es schön, wenn du noch ein paar Worte zu dir selber sagen könntest. Ja, ich bin Sebastian. Ich bin Testautomatisierer hier bei Quetera seit über zwei Jahren und ich bin derzeit sehr stark im funktionalen Test unterwegs. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt mit Selenium, mit Cypress, aber auch eben mit Playwright und deswegen bin ich auch heute hier. Inwiefern kann man denn die Softwarequalität mit Playwright steigern? Geht das überhaupt? Die Antwort darauf ist auf jeden Fall, ja, das geht. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie gut man ist in der Testautomatisierung. Wenn ich jetzt Quatschtests schreibe, die überhaupt nicht funktionieren und die gar nicht die risikoreichen Features testen, dann steigere ich die Qualität nicht wirklich. Aber wenn ich weiß, wie ich stabile Tests schreibe, wie ich wartbare Tests schreibe, die dann zuverlässig über Monate hinweg immer wieder überprüfen, dass alles funktioniert, dann habe ich einen enormen Gewinn in der Softwarequalität. Und wenn ich jetzt einsteige, mit welchen Hürden, mit welchen technischen Hürden muss ich denn als Beginner rechnen? Das allgemeine Setup von Playwright ist super einfach. Also man kann von überhaupt keinem Projekt bis der erste Testcase läuft. Das geht sehr schnell. Man muss natürlich ein bisschen mit der Syntax klarkommen. Es gibt ein paar Features, die sind nicht so ganz intuitiv, zum Beispiel die Fixtures, bis man verstanden hat, wie man die schreiben kann, wie man sie verwenden kann. Aber wenn man weiß, wie Typescript funktioniert, wenn man das jetzt in Typescript macht, dann gibt es technische Hürden eher weniger. Playwright gibt es seit 2020. Hat sich denn in der kurzen Zeit eine Community bilden können und kann man die auch kontaktieren? Also in den vier Jahren, die es Playwright gibt, hat es sich absolut etabliert. Also es ist meiner Meinung nach der Keyplayer in der Testautomatisierung der Zeit. Es hat Cypress auch mittlerweile völlig überholt, was die Downloadzahlen angeht. Ich glaube, Cypress ist bei 5 Millionen, Playwright bei 8 Millionen, bei NPM. Und auch die Community ist natürlich entsprechend groß, wenn man irgendwie mal ein Problem hat und man kommt nicht weiter. Es ist im Prinzip alles schon mal diskutiert worden. In GitHub oder auch in Stack Overflow. Man findet im Prinzip zu jedem Problem eine Antwort. Und wenn man Playwright dann mal eingeführt hat, welche Möglichkeiten gibt es dann, Playwright zu skalieren? Also die Skalierung ist typischerweise erst ein bisschen später notwendig, weil Playwright ist recht fix in allem, was es tut. Die Möglichkeiten sind aber alle da und im Prinzip ist man nur begrenzt durch die Hardware, die man zur Verfügung hat. Playwright kann man beliebig viele Tests ausführen. Man kann beliebig parallelisieren, entweder auf einer Maschine über mehrere Prozesse oder man kann eben auch, wenn man mehrere Maschinen zur Verfügung hat, dann ein Sharding betreiben, um auch extrem viele Tests in gleichbleibend kurzer Zeit auszuführen. Und wenn man noch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann kann man auch den Playwright Testing Service von Azure in der Cloud benutzen, wenn man dann wirklich komplett alle Tests gleichzeitig ausführen lassen möchte, mehr oder weniger. Wenn man jetzt Playwright vergleicht mit anderen Testautomatisierungstools, wie zum Beispiel Selenium oder Cypress, wo würdest du dann die Vorteile bei Playwright sehen? Also Plain Selenium, wenn man heutzutage noch Plain Selenium benutzt, dann ist man meiner Meinung nach ein Masochist. Das Playwright hat nur Vorteile gegenüber von Plain Selenium, würde ich behaupten, was jetzt die Handhabung angeht. Klar gibt es Unterschiede jetzt in der Art und Weise, wie die Tools funktionieren. Selenium ist mit dem JSON-Wire-Protokoll unterwegs und Selenium basiert natürlich auf dem Webdriver-Standard. Und Playwright ist auf dem Chrome Dev-Tool-Protokoll aufgebaut, was jetzt kein Standard ist. Das heißt, da gibt es schon noch Unterschiede, die jetzt aber in der alltäglichen Verwendung überhaupt keine Rolle spielen. Insgesamt ist, glaube ich, der große, große Vorteil von Playwright, dass es alles mitliefert, was man im Prinzip braucht. Also Parallelität, Reporting, die wunderschönen Assertions und die Art und Weise, wie selektiert und gewartet wird bei irgendwelchen Aktionen. Und in Selenium muss man sich darum alles selbst kümmern. Und wie sieht Playwright jetzt im Vergleich zu Cypress aus? Also in der Verwendung sind Cypress und Playwright ähnlich einfach, meiner Meinung nach. Klar ist die Syntax komplett unterschiedlich, aber es ist kein Hexenwerk, wenn man die einmal gelernt hat. Und auch die Möglichkeiten, die man hat, sind recht ähnlich. Playwright ist natürlich komplett Open Source. Cypress hat ein paar kostenpflichtige Premium-Features, so wie Reporting in der Cloud, parallele Ausführungen und so weiter. Aber in der Handhabung generell ähnlich einfach und schön zu benutzen. Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass Playwright den riesen, riesen Vorteil hat, dass mehrere Tabs automatisiert werden können, während Cypress eben immer nur auf einen Tab begrenzt ist, ohne jetzt wahnsinnige Magic betreiben zu wollen. Vielen Dank für diesen Vergleich der Alternativen. Jetzt werden wir über Key-Features sprechen, die in Blogartikeln erwähnt werden. Und du wirst die mit deinen Erfahrungen spiegeln. Vielleicht wäre es gut, wenn du da erstmal was über deine Erfahrungen mit Playwright uns erzählen würdest. Ja, ich habe die letzten 14 Monate tatsächlich eine Web-Anwendung mit Playwright automatisiert. Da war ich in einem Projekt, was so in landwirtschaftliche Flottenverwaltung, wo es darum geht, man hat halt seine Maschinen. Und dann wird in der Web-Anwendung eben angezeigt, wo befinden die sich gerade auf irgendeiner Karte. Wie viel Sprit haben sie noch im Tank? Gibt es irgendwelche Alarme? Wie schnell sind sie unterwegs? Wie komme ich an die Betriebsanleitungen? Kann ich meine Lizenzen irgendwie angucken? Interessanterweise bin ich in das Projekt reingekommen, in einem Zustand, wo es überhaupt keine Testautomatisierung gab. Das heißt, wir mussten dann von Null auf komplett automatisiert innerhalb von einem Jahr die Testautomatisierung auf die Beine stellen, das komplette Framework. Und wir haben es geschafft. Wir haben 500 Tests automatisiert. Konkret sind es dann 1000 bei jeder Ausführung gewesen ungefähr. Und wir haben es geschafft, dadurch eben die Qualität sicherzustellen von der Anwendung. Schauen wir uns jetzt mal einzelne Features an. Wie sieht es zum Beispiel mit der integrierten Parallelisierung von Testausführungen bei Playwright aus? Wir haben ja 500 Tests automatisiert oder 1000, die bei jeder Ausführung dann ausgeführt werden. Wenn es nicht die Möglichkeit gegeben hätte, die zu parallelisieren, dann hätten wir mit jedem Testlauf irgendwie 6 oder 7 Stunden gebraucht. Was super schlecht ist, wenn die Tests quasi automatisch in einer CI-CD-Pipeline mitlaufen sollen. Das heißt, wir mussten dann recht früh schon die Parallelisierung ermöglichen durch eben die Worker. Wir haben dann vier Maschinen gehabt, auf denen jeweils vier Playwright-Prozesse liefen. Das heißt, wir haben die Tests auf 16 Prozesse aufgeteilt. Und dadurch waren sie dann immer 20 bis 30 Minuten durch. Also ohne Parallelisierung wäre das alles nicht möglich gewesen. Meiner Meinung nach ein Top-Feature. Okay, und Selenium braucht dafür, muss man selbst eben sowas bauen, weil das nicht dabei ist. Ja, genau. Man müsste sich dann selbst darum kümmern. Wenn ich jetzt Selenium in Java benutze, müsste ich mir Gedanken machen, okay, wie teile ich jetzt meine Test-Suite ein? Wie sorge ich dafür, dass die Tests in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen? Wie sorge ich dafür, dass die Tests aufgeteilt werden? Dass jede Maschine nur bestimmte Tests durchführt? Da muss man sich um alles Gedanken machen. Muss man bei Playwright natürlich auch ein bisschen. Aber bei Playwright wird es dann heruntergebrochen auf im Prinzip einen Befehl, den man eingeben muss. Und Playwright weiß dann automatisch, auf der Maschine muss ich nur Test 1, 3 und 5 ausführen. Auf der nur 2, 4 und 6. Ja, neben diesem Parallelisieren ist ja auch das Aufzeichnen von Tests ein Top-Feature von Playwright. Habt ihr davon auch Gebrauch gemacht? Ganz am Anfang haben wir uns das mal angeschaut. Man kann dann so ein Tool öffnen und dann navigiert man zu der Seite, klickt sich durch und Playwright schreibt das alles mit. Und dann hat man da sein Skript, was man laufen lassen kann. Das Problem ist halt, es ist sehr low-level alles. Und wenn man ein großes Projekt automatisieren möchte, dann muss man meiner Meinung nach auf höhere Abstraktionsniveaus ausweichen, so Page-Object-Model und so weiter, um das alles skalierbar, wartbar und anpassbar zu halten. Und wenn Playwright eben nicht mit diesen Page-Objects interagieren kann und ich weiß, ah, okay, hier wurde auf dem Button innerhalb meines Page-Objects gedrückt und mir einfach nur den Locator hinklatscht, dann ist es meiner Meinung nach nicht wartbar. Das heißt, wir haben es irgendwann überhaupt, es hat keine Rolle mehr gespielt in dem Projekt irgendwann. Also ein Top-Feature, was für euch praktisch irgendwann nicht mehr relevant war, sozusagen? Meiner Meinung nach, es ist ganz gut, wenn man einfach mal reinschnuppern möchte, so ganz am Anfang, was gibt es für Möglichkeiten. Ein Top-Feature ist es meiner Meinung nach nicht, nee. Beim nächsten Feature, da würde die Thematik Multi-Browser, Multi-Device-Support eine Rolle spielen. Wie relevant war das bei euch im Projekt? Bei uns war es nicht wahnsinnig relevant. Wir mussten ja von Null anfangen und im Prinzip auf 100 innerhalb eines Jahres kommen und wir hatten dann einfach gesagt, wir fokussieren uns auf einen Browser. Wir führen alle Tests in einem Browser durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem anderen Browser nicht funktioniert, ist dann eher gering heutzutage. Es gibt natürlich noch Abweichungen, aber es ist nicht so, dass, wenn es in einem Chromium-basierten Browser läuft, dann wird es auch sehr wahrscheinlich in Firefox oder WebKit laufen. Das heißt, wir haben uns auf einen Browser beschränkt und Multi-Device hat für uns auch nicht so eine große Rolle gespielt, weil für die Anwendung auch eine dedizierte App entwickelt wurde. Das heißt, die Leute, die das auf dem Smartphone mobil verwenden wollten, die haben dann eher zur App gegriffen, statt die Anwendung im Browser auf dem Handy zu verwenden. Playwright kann ja nun Browser-Kontexte für mehrere Tabs verwalten. Musstet ihr Tests implementieren, die mehrere Tabs verwendet haben? Es kam tatsächlich hier und da vor. Es war jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit mit mehreren Tabs interagiert hat, aber es war schon oft so, dass wenn man beispielsweise seine Maschine hatte und dann hat man geguckt, ich muss mal hier in die Betriebsanleitung gucken, die hat sich dann natürlich in einem neuen Tab geöffnet. Und wenn man dann wissen wollte, ist das jetzt wirklich die Betriebsanleitung der Maschine, da musste man auch in dem Tab wirklich was machen. Und das wäre mit Cypress zum Beispiel nicht möglich gewesen ohne weiteres. Mit Playwright war es überhaupt kein Problem. Da hat man dann einfach im zweiten Tab den Titel der Betriebsanleitung überprüft und dann war das auch erledigt. Also da hat schon mal Playwright Vorteile im Gegensatz zu Cypress. Und wie sieht es jetzt mit der Möglichkeit aus, sich mit anderen APIs zu unterhalten, mit denen zu interagieren? Habt ihr APIs adressiert oder so womöglich sogar einen einfachen API-Test geschrieben? Die Möglichkeit zu haben, direkt mit APIs sprechen zu können, ohne dass ich mich noch um irgendein zusätzliches Setup kümmern muss, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eins der Top Features von Playwright. Ohne hätten wir das alles gar nicht hinbekommen. Wir haben mit APIs die ganze Zeit interagiert. Wir haben APIs benutzt für Test-Setup und Teardown. Wir haben es benutzt, um die nächtliche Testumgebung immer vorzubereiten und die Daten einzuspielen, die wir dann tagsüber testen wollten. Wir haben zwar keine API-Tests geschrieben. Wir hatten das kurz überlegt, ob wir das auch machen wollen, aber da ist nie was draus geworden, weil wir einfach nicht genug Zeit hatten. Aber die Möglichkeit ist da und es ist super einfach zu verwenden. Es ist meiner Meinung nach unabkömmlich für Test-Automatisierung, dass die Tools mit APIs sprechen können. Ein Feature von Playwright ist auch Visual Begräschen-Testing über Vergleichen von Screenshots. Hat das für euch eine Rolle gespielt? Ich würde sagen, jein. Ich habe ja erwähnt, wir hatten das Problem, dass wir Maschinen hatten, die dann irgendwo in der Welt rumgefahren sind und das wurde dann auf einer Karte angezeigt, wo die sich rumgetrieben haben, sei es Google Maps oder Azure Maps. Und da muss man dann natürlich über Visual Regression-Testing arbeiten, wenn man dann wissen möchte, ah, ist die Maschine wirklich den Pfad gefahren, der erwartet wurde. Es ist ein gutes Feature meiner Meinung nach, weil es sehr flexibel ist. Das heißt, ich kann sehr einfach mit bestimmten CSS-Regeln, die dann ganz kurz angewendet werden, störende Elemente ausblenden, dass mein Screenshot nur die Sachen enthält, die er enthalten soll. Es ist meiner Meinung nach aber kein Top-Feature, weil die Screenshot-Vergleiche müssen pixel-perfekt sein. Das heißt, wenn der Screenshot, man erwartet, dass Screenshot 100 Pixel breit ist, der Screenshot den Playwright zur Laufzeit aufnimmt, aber irgendwie ein Pixel abweicht, dann schlägt der Test fehl, weil der Playwright die Screenshots dann nicht vergleichen kann. Und das ist bei uns aufgetreten, weil wir Windows-Maschinen entwickelt haben und die CI-CD-Pipeline waren Linux-Maschinen und da gab es eben ein, zwei Pixel-Abweichungen immer mal wieder in der Art und Weise, wie das gerendert wurde. Und dadurch sind die Tests dann fehlgeschlagen, weswegen wir dann so richtige Screenshot-Vergleiche nicht machen konnten. Was wir stattdessen dann gemacht haben, ist einfach den Screenshot aufnehmen und dann bestimmte Pixel zählen. Das heißt, wenn die Maschine eine blaue Fahrspur hatte, haben wir einfach geguckt, wie viele blaue Pixel gibt es in dem Screenshot, passt das mit dem erwarteten Count an Pixeln überein, und darüber kann man es dann auch testen. Also an dem Feature könnte also noch gearbeitet werden, wenn ich das richtig verstehe. Wie sieht es jetzt aus mit der Erweiterbarkeit um Plugins? Meiner Meinung nach ein Top-Feature. Es ist super cool, dass sich viele Leute Gedanken gemacht haben und viele Leute auch vor ähnlichen Problemen standen wie wir wahrscheinlich. Unser Tech-Stack war, dass wir in Azure DevOps unterwegs waren und irgendwie möchte man ja seine Testergebnisse beispielsweise in ein Testmanagement-Tool übertragen. Das bietet Playwright nicht von Haus aus, aber es gibt im Prinzip für jedes Testmanagement-Tool Plugins, die von der Community entwickelt wurden. Da haben wir dann auch drauf aufgebaut. Die, die wir gefunden haben, die haben nicht alles gemacht, was wir brauchten, aber es war überhaupt kein Problem, unser eigenes kleines Plugin zu schreiben, was dann die Ergebnisse in genau der Art und Weise, wie wir sie gebraucht haben, hochgeladen hat. Also es ist ein Top-Feature. Jetzt gibt es auch nochmal sowas wie Network Interception. Könntest du vielleicht kurz erklären, worum es bei diesem Feature geht und wie wichtig das für euch war? Also bei der Network Interception geht es darum, dass Playwright den Netzwerkverkehr mitschneidet und auch angucken kann, wenn man das möchte. Man kann dann zum Beispiel sagen, bevor jetzt eine bestimmte Aktion gemacht wird, warte ich lieber mal, bis eine bestimmte Response vom Backend eintrifft. Das heißt, es ist eine sehr gute Möglichkeit, Tests zu stabilisieren. Ganz einfaches Beispiel, wenn man zum Beispiel durch eine Tabelle klickt, von einer Seite zur nächsten, dann möchte man, wenn man jetzt wissen möchte, ist ein Element in der Tabelle vorhanden, würde man idealerweise warten, bis das Backend die nächste Seite der Tabelle geschickt hat. Ansonsten würde man zu schnell durchklicken. Insofern ist es auf jeden Fall ein Top-Feature. Was wir anfangs auch viel verwendet hatten, war dann tatsächlich die Modifikation von den Responses. Das heißt, wir haben die echten Responses durch gemockte Daten ersetzt, um bestimmte dynamische Situationen darstellen zu können. Zum Beispiel eine Maschine, die halt den ganzen Tag irgendwo rumfährt und immer an einer anderen Position ist, je nachdem, zu welcher Uhrzeit ich den Test ausführe. Das ist Quatsch, das kann man nicht gut testen. Da hatten wir dann eben die Netzwerk, die Antworten modifiziert. Um das immer konsistent zu halten. Hat sich aber herausgestellt, das ist super schlecht zu lesen, das ist super schlecht zu warten. Unserer Meinung nach jedenfalls. Weswegen wir das dann nach und nach immer weniger benutzt hatten und irgendwann uns dann lieber darum gekümmert hatten, dass die Testdaten, also dass die Maschine nicht mehr den Tag über irgendwie rumfährt, sondern immer an genau der gleichen Stelle steht, wodurch wir das dann nicht mehr benutzen mussten. Playwright hat auch ein eingebautes Reporting. Wie wichtig war das bei euch? Super wichtig. Also ich kann Tests ausführen, aber wenn ich nicht weiß, was mit denen passiert ist, dann bringen mir die Tests auch gar nichts. Was wir verwendet haben, sind die JUnit XML Reports. Die haben wir ins Testmanagement-Tool geladen, damit wir eben Historie haben und sehen können, an welcher Stelle wurde ein Feature entwickelt, was vielleicht ein paar Tests kaputt gemacht hat. Was wir auch extrem stark für unsere Zwecke dann verwendet hatten, war der HTML Report. Der macht es einfach so einfach, herauszufinden, warum ein Test fehlgeschlagen ist. Entweder über den Screenshot, den man dort sieht, der hilft oft schon, weil wenn man tiefer einsteigen möchte oder muss, dann ist da eben auch der Trace Viewer embedded, mit dem man dann alles sehen kann. Den Testverlauf. Es ist wie ein Video, nur cooler, mit inklusive Netzwerk-Mitschnitt und Konsolen-Output und alles, was man braucht. Dazu vielleicht nochmal die Frage, sowas wie Trace Viewer, gibt es das bei Selenium oder Cypress auch? Bei Selenium nicht. Nein, da muss ich mir selbst Gedanken machen, wann möchte ich ein Screenshot machen oder lasse ich vielleicht einfach nur ein Video aufzeichnen. Ein Netzwerk-Mitschnitt ist zum Teil überhaupt nicht möglich, weil das einfach noch nicht in dem Standard enthalten ist. Das kommt dann vielleicht, wenn das BD finalisiert wurde. Bei Cypress kann man das machen, ist aber natürlich hinter einer Paywall quasi versteckt, weil man das nur in der Cloud machen kann, sich das Replay angucken kann. Dann haben wir noch ein wichtiges Feature wahrscheinlich, diese eingebauten Weights. Kannst du da noch uns das erläutern und wie wichtig das für euch war? Sie werden vielleicht ein bisschen belächelt, weil sie jetzt nicht so die krassen Wow-Effekte haben wie die anderen Features, aber die eingebauten Weights, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Button drücken möchte, das Playwright erstmal checkt, ist der Button enabled, ist der Button sichtbar, ist da irgendwas über dem Button drüber, kann ich überhaupt draufklicken und wenn der Button dann nicht klickbar ist, das Playwright das dann einfach nochmal probiert, nochmal, also immer wieder checkt, kann ich klicken, kann ich klicken, kann ich klicken und dann erst klickt, wenn es wirklich möglich ist. Da spart man sich so viel, so viele Probleme, die man jetzt zum Beispiel in Plain Selenium hätte, weil Tests die ganze Zeit fehlschlagen, weil ein Button noch nicht sichtbar ist, weil er noch verdeckt ist, weil er noch nicht enabled ist. Diese asynchronen Weights, die helfen einfach wahnsinnig bei der Stabilität. Jetzt hast du uns ja doch relativ viele Features erläutert, gesagt, wann sie gut, wann sie nicht so geholfen haben. Könntest du jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Überblick über die Features geben, die ihr unbedingt gebraucht habt? Die Features, die ich nie wieder missen möchte, sind Parallelisierung, Multitab-Handling, die Möglichkeit zur API-Interaktion, die Erweiterbarkeit von Plugins, das Reporting und die automatischen Weights. Das ist ja schon viel, was für Playwright spricht. Wenn jetzt jemand gerne Playwright lernen will, da hat ja Chitera inzwischen eine Schulung. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Dinge zu sagen zu dieser Schulung? Also die Schulung geht über zwei Tage und dort lernt man alles, was man braucht von ich habe gar keine Ahnung von Playwright bis ich kann Web-Anwendungen selbstständig automatisieren mit allem Drum und Dran. Sie hat sehr viele Praxisanteile und ist extra orientiert und ist extra orientiert an einem echten Testobjekt, an einer komplexen Web-Anwendung, damit man eben auch mal schwierigere Situationen zu automatisieren hat und lernt, wie man damit umgeht und wie man solche Hürden meistern kann. An dieser Stelle möchte ich Sie noch auf das weitere Seminarangebot der Chitera hinweisen. Neben den Schulungen zu Playwright bietet Chitera auch Schulungen zum ISTQB Certified Tester Foundation Level, das Testen von Schnittstellen, REST APIs, Performance Testing sowie die Testautomatisierung für Entscheider. Die Schulungen finden online sowie in Präsenz in Frankfurt am Main statt. Außerdem werden alle Schulungen auch als Inhouse-Schulungen angeboten. Für einen vollständigen Überblick besuchen Sie die Webseite chitera.de slash seminare-trainings. Link gibt es auch in den Shownotes. Vielen Dank, Sebastian, dass du uns so einen ja, praxisorientierten Überblick über die Automatisierung mit Playwright gegeben hast. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das Thema eben so nahegebracht hast. Wir haben da viel lernen können. Danke auch, dass ich mal wieder mit dir sprechen durfte. Ja, gerne. Jederzeit wieder. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Playwright-Folge. Das wäre doch gut. Wenn jemand aus der Testaut-Community noch Anregungen hat, Feedback geben will, dann kann er gerne an podcast.chitera.de schreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Deine